Grüezi miteinander und heute zusammen. Ich bin Kathrin Erni von SwissGermanOnline.com So Fritzli, was möchtest du für eine Frisur? So Fritzli, was möchtest du für eine Frisur? Ich hätte gerne so einen Lockenkopf wie dieser Junge dort. Ich hätte gerne so einen Lockenkopf wie dieser Junge dort. Oh, das ist aber ein bisschen viel von mir verlangt. Oh, das ist aber ein bisschen viel von mir verlangt. Mit was soll ich dir so einen Lockenkopf hinzaubern? Mit was soll ich dir so einen Lockenkopf hinzaubern? Das ist nicht mein Problem. Das ist nicht mein Problem. Sie sind schliesslich der besten Coiffeur im Land. Sie sind schliesslich der besten Coiffeur im Land. Wenn du in einem Monat wiederkommst, dann sind deine Haare schon ein bisschen gewachsen. Wenn du in einem Monat wiederkommst, dann sind deine Haare schon ein bisschen gewachsen. Dann könnte ich die Haarverlängerung in dein Haar einschaffen. Aber das gibt sehr viel zu tun. Dann könnte ich die Haarverlängerung in dein Haar einschaffen. Aber das gibt sehr viel zu tun. Nachher kann ich dir mit diesen Haaren eine Dauerwäle machen. Nachher kann ich dir mit diesen Haaren eine Dauerwäle machen. Dann müsstest du fast den ganzen Tag bei mir still sitzen. Dann müsstest du fast den ganzen Tag bei mir still sitzen. Oh je, das kommt nicht in Frage. Oh je, das kommt nicht in Frage. Dann gehe ich lieber in den Kostüme verleihen, Perücken ausleihen gehen. Dann gehe ich lieber in den Kostüme verleihen, Perücken ausleihen gehen. Dialog 2 So, jetzt bist du dran, Oliver. So, jetzt bist du dran, Oliver. Was hättest du gerne für eine Frisur? Was hättest du gerne für eine Frisur? Ich möchte meine Haare schneiden und strecken lassen. Ich möchte meine Haare schneiden und strecken lassen. Ich habe genug von meinen Locken. Ich habe genug von meinen Locken. Jeder, der an mir vorbeiläuft, fährt mit seiner Hand in meine Haare. Jeder, der an mir vorbeiläuft, fährt mit seiner Hand in meine Haare. Du hättest aber auch wirklich schöne Locken. Du hättest aber auch wirklich schöne Locken. Das wäre schade um sie. Das wäre schade um sie. Du musst schauen, mit geraden Haaren siehst du dann ganz anders aus. Du musst schauen, mit geraden Haaren siehst du dann ganz anders aus. Ich bin nicht sicher, ob dir das steht. Ich bin nicht sicher, ob dir das steht. Ich schlage vor, dass wir sie einfach recht kurz schneiden. Ich schlage vor, dass wir sie einfach recht kurz schneiden. Möchtest du deine Haare vielleicht noch färben? Möchtest du deine Haare vielleicht noch färben? Nein, danke. Mit meiner Haarfarbe bin ich zufrieden. Nein, danke. Mit meiner Haarfarbe bin ich zufrieden. So, das wäre es gewesen für heute. Ich wünsche euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss. 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 gonna. Tschüss. Tschüss.